Ich habe den Stein nicht gesehen und habe nur rübergezogen. Alter! Ja! 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 Ich bin das letzte Mal hier hoch. Hier? Und dann bin ich hier rüber gesprungen. Frag mich nicht wie. Frag nicht wie, aber ich bin hier hoch. Ich hab den Stein nicht gesehen und hab nur rüber gezogen. Ich hab den Stein überhaupt nicht gesehen, ne? Scheiße. Alter, den hab ich letztes Mal auch nicht gesehen. Ich hab ja gerade gar mit dran gedacht. Und der Grümmer ist im Arsch. Scheiße. Klub, oder? Ja, übel. Geht in der Ecke. So, kannst schnell mal zurückfahren, oder? Hat jemand Werkzeug dabei? Ja, guck mal den Ausruf an. Weil das Grümmer wäre jetzt echt ein bisschen heuer gewesen. Sieht jetzt aus wie eine 85er vom Ausbruch. Oh. Probiert was? Alter, ist ja fest. Vielleicht gehts aber jetzt schon. Das geht schon. Nein. Schau mal hier. Alter. Alter, das kommt direkt vom Baum runter. Ja. Ja. Nico, lass in den Wald gehen. Der Wegen ist nicht so. Da muss ich jedenfalls hin. Ja. Draht gemacht gehen. Sag mal her. Das kostet vielleicht diese Leistung. Ja. Ein bisschen engerer. Ja. Ja. Hoch, oder? Ja, bisschen. Ja, der kam wieder. Warte, ich geh mal drauf. Das ist rot, ich mach auf. Oh, kannst du mal. Schau, ich geh an den Baum. Ey Junge, ich hab so quadratlatschen. Ach, scheiße. Jetzt ist da Dreck drin nochmal. Wenn das gleich die Karre am Arsch ist. Nee, geht echt nicht. Scheiße. Nee, scheiße. Ja, muss ich jetzt so fahren. Ja, so geht's doch schon fast. Guck mal, noch ein bisschen mehr. Ja, da vorne haben wir jetzt auch viel Zeck drin. Hat jemand lässt doch jeder aus. Ja, der saugt ja auch an. Ich kann ja nur ein bisschen Hibiscus-Tee rein lernen, wenn du willst. Von oben. Hier, andere. Macht auch wieder, oder? Mach nur zum Höhlen. Mach nur zum Höhlen. Warte, ich hatte dich ja an, Alter. Ja. Ja. Alter, geht doch. Wenn wir alle bis an die Kreise fahren. Geht an wie vorher. Wenn wir alle an diesem Ende vom Höhlen stehen bleiben. Oh hier, zu holt. Das ist der Kaffee. Untertitelung des ZDF, 2020